hallo freunde willkommen auf avatar ist da auch da hallo hallo wir haben ein großes problem also ich habe ein großes problem futter 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 ich habe den geld wahrscheinlich ein bisschen zu schnell durchgekämmen ja wir müssen echt die richtiges essen kochen also nicht nur mal die früchte das heißt wir gehen zwar richtung ersten quest das ist kommission der jagdwesten sowieso eine jäger jägers rast ja irgendwie hier deko aus dem bogen lebende bogen eher nicht der ist dahinten sollte man diese früchte auf meine sind backen ja das werde ich auch machen da hast du recht warte mal diese öffnet man das noch mal fähigkeit protokoll rezept nein ja super wie kann ich den bei jagd auf dem jagdbuch ja und dann musst du die pflanze aussuchen und genau die hier dieses leopard palme markieren leopard palme habe ich nicht doch da da ist doch so markieren das ist drin so und dann auch irgendwie tiere oder so dass das wenn man jetzt die sehne benutzen müssen wir diese palme sehen die sind gar nicht jene ging ja die tiere die kommst du selber drauf ja auch denke ich auch also ab da ist eine also die geräusche die sind du steigerst eine vitalität wenn du das da ist nicht schlimm gesundheit dauerhaft gesteigert mach mal auch cool so der kollege ist dahin glaube ich da unten vielleicht kann man sich auch einen fisch fangen oder so weiste stimmt sogar aufgeholt ein bisschen bast sammeln für pfeile ja ja da habe ich die pflanzen sind der hammer oder ja die sind die finde ich super ach dass ich diese komische ich glaube hier sind diese guck mal ich habe sie gefunden einer hatte ich wirklich das noch nach unten und dann mit schuss taste aber zart war nur eine dran an dem baum hier so die ist also los ok ich hatte auch nur 1 ich glaube die werde ich mal gleich essen du bist doch noch voll magen ach ja die farben verwechselt ja ja paar tage nicht weißt ja wie es ist ja am rückwassersatz dafür brunnenbaum da ist so viel zu jetzt noch noch eine pflanze kann mir nie genug mitnehmen ja ich weiß ja nicht wie viel du mitnehmen kannst insgesamt sammelt es so ich habe dann jetzt drei solche früchte hier ist noch eine hast du den schon steckst du schon wieder an so eine pflanzen okay die früchte ist okay ein bisschen stärker kannst du schon ziehen ja ich habe schon einmal zu stark bezogen aber ich esse mal so eine von diesen pflänzchen wo bist du freund riesenbaum mit ranke ja die blitzen was war das du bist hier irgendwie raus geschleudert worden ach hier sind so was ist das die kapsel dieser pflanze ist mit gas gefüllt und zerplatzt wenn die siehst du ja ja die die sind jetzt kaputt okay jetzt guck mal der hat so ein tier bei sich aber das ist nicht der den wir suchen oder doch ja ich glaube schon so deine e-kran ist schön meine sommer kein wind ist zu stark keine prüfung zu stehen bringt uns ja bist du hier um uns zu bewundern das verstehe ich gut nein ich ich suche nach ito andere clans kennen mich selbst verloren lass mich raten nevika hat dich geschickt sie will dass ich lehre langweilig sicher zu hause den kindern von abenteuern erzählen sie verstehen es nicht was bedeutet sicherheit wenn man nie in gefahr war sommer und ich beherrschen den himmel mit klopfen den herzen mit allen sinnen das macht uns stark furchtlos die besten jäger nevika sagte du jagst sturm bist darf ich mitkommen darauf bist du also aus kannst du überhaupt jagen wurde mir nie beigebracht nie beigebracht was hat dein volk all die jahre gemacht gibt es ein land ohne jagd ein land in dem sich die kreaturen einfach zum sterben hinlegen siehst du das junge jäger üben zuerst das zielen oder die sturm bist werden dich jagen schwerer bogen ach da drauf um schwere bogen zu ausrüsten ich habe keinen um den schwere bogen auszurüsten du musst okay du musst genommen auf den schweren bogen x ausrüstung und jetzt auf eine nicht auf den langen bogen ich wird unten auf die schleuder ja die ist so um die blöden okay so ziele genau das wesen soll nicht leiden wohin zumindest ein unbewegliches ziel kommt nicht schlecht dann ist ein dank wenigstens berechtigt mein dank meinst du das ernst was haben deine leute dir beitragen das ziel hat mich schon getroffen ich kam gar nicht zum schießen ich bin lange geschichte aufrecht zu stellen wenn ich das hören wollen würde ich zu hause jedes mal wenn du jagst nimmst du ein leben daher musst du ihnen für ihre gaben dank wenn sie zur großen mutter zurückkehren ich sehe dich dein geist geht zu euer dein körper bleibt um uns zu nähren danke für diese gaben so kann sie zu den ahnen empor steigen gut merke dir das und verschwende die gaben nicht die gaben genau die haut das fleisch du weißt was du damit tun musst nevika wird es dir zeigen weiter jetzt du brauchst mich nicht als beschützer okay jetzt hast du das ziel noch mal da kannst du noch mal du musst das herz treffen denn das wird es rot angezeigt da passiert gar nichts ich glaube das ist nur in der quest ne ne du hast gehre zurück zu nevika im heimatbaum du solltest wir müssen zur kochstelle kann ich hier nicht auch ein stückchen fleisch raus nehmen hier ist ein korb mit futter ja das habe ich schon geklaut auf dem herweg ach das ist da bin ich schnell so da müssen wir jetzt lang zu halten sonst gibt es ärger so da geht es lang guck mal diese ganze früchten baum die sind ja ja also auch hallo yahoo Trampolin. So, lass es mal. Okay, die sammelt weiter. Au, ich habe irgendwas Aua gekriegt, da von den Pflanzen hier. Ja, die sind nicht alle freundlich. Hast du Stromschlag anbekommen? Aber ich kann da auch sammeln. Da kann man was sammeln. Ich habe dich gesehen. Ich weiß noch nicht, welchen Winkel. Ach so, okay. Ich stecke ein. Hier ist noch einer. Ach so, wow. Ich wollte mal sammeln. Ja, mache, mache. Ich muss erst mal was essen. Du bist selber beschäftigt. Aua. Jetzt muss ich aber auch essen. Schläge. Hm. Hab ich. So. Der hat ganz schön Aua gemacht, ne? Äh. Jo. Ist das mein Hunger? Ja, das ist mein Hunger. Ja, du hast doch gerade so ein schönes Essen bekommen. Ja, eine Früchte, aber ich will es einmal verkochen. Waren dann nur Früchte für mich? War dann ein richtiges Essen drin? Ne, doch nicht. Okay. Ja, dann zum kochen brauchst du aber noch eine zweite Zutat. Ich hoffe, das sind verschiedene Früchte. Ich habe keine Ahnung, wo schief gehen. Das ist das Frick. Wahnsinn. Guten Tag. Wir sind wieder zurück. Die Jaffa erfolgreich. Wir haben eine Ziehschaffel gedötet. Es ist unirrt. Oh, was du nicht sagst. Ja, das sage ich. Du beehrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit? Du weißt doch, wie sehr ich dein Essen mag. Aber ich bleibe dabei. Kochen ist nicht wirklich eine Kunst, oder? Das war unten. Die ist unten, ja. Ach, du bist runtergesprungen? Mhm. So, wir sind da. Oh, ich war doch gerade beim Kochen. Ich werde dann immer weggezogen. Ich habe hier etwas Fleisch. Nevika meinte, du... Wie viele Jammerlappen wollt ihr mir noch schicken? Alles nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Ja, ne? Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm. Der Gerießgramm läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthafter Kunst zu. So. Und was haben wir jetzt gekriegt? Einen... Ups, Salat, schätze ich. Ja, genau. Dankeschön. Mehr kann ich nicht. Ja, ich koche auch so. Äh... Ne, Obst, Salat. So, wo ist denn die Tante jetzt hingelaufen? Ach, da. Rezept. Kann ich nicht kochen? Kann ich auch nicht kochen, ne? Nicht genug Platz. Weil ich nur noch eine Fruchtsorte habe. Wo muss man? Hier, mit ihr muss man... Ich glaube, es reden, ja. Äh... Doch nicht? Was ist das hier? Einmal bauen, kleinen... Kleinbeitrag. Ja, da kannst du so Sachen reinlegen. Ne, das macht dann deine Gunst, äh... Besser. Das ist aber... Volkene Wicker? Ja. Die Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Das ist aber doch Neweicker hier. Sie sind winzig. Das bist du. Die läuft halt komisch. Was hat euer Heimatbaum? Ah. Etua sagte, dass er leidet. Ah, die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie. Seit die Blüten geschlossen sind, aber... Es sind zu viele. Gartner möchte, dass sich Etua nur ihnen widmet. Aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf. Gartner sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt. So. Und ich will das auch. Dann sag mal, wo wir hin müssen. Wir sollen irgendwas herstellen? Hm? Irgendwie hat sie gesagt. Quest. Ist denn Stunbeer-Arben? Äh, bist du schlauer? Also stelle neue Ausrüstung in der Schafferhöhle im Heimatbaum her. Ja, okay. Ja, wo ist das jetzt? In der Schafferhöhle. Also ist es eine neue Quest gekriegt? Ist das hier? Das ist der Tisch, an dem wir stehen. Ach. Okay, was muss man jetzt erstellen? Die will aber, dass wir was Bestimmtes herstellen, ne? Deswegen ja. Moment. Stumm-Biss-Biss-Haut. Gartner bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Das ist was anderes. Ich gehe noch mal raus. Ich muss jetzt noch mal lesen. Quest. Handbandage. Okay. Du hast die Haut nicht. Ich kann dir eine geben. Ich habe davon zwei. Ah. Kann ich dir mal eine schenken. Warte mal, wo ist sie? Und dann Rucksack, ja. Beutel, genau. So. Ja, ich war ja noch gar nicht jagen. So, aber ich, deswegen. So, und jetzt muss man uns so eine Handbandage hier herstellen. Okay. Beginne Herstellung. Ich kann es aber nicht herstellen, weil ich glaube ich noch nicht gejagt, dass dir... Du gehst ja hier auf Handbandagen, ne? Ja. So. Und dann einfach... Ach so, einfach irgendwas... Oder ist es schon passiert? Ich glaube... Ich habe keine Rinde. Und du auch nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Ja, ich habe keine Rinder, deswegen, die müssen wir uns besorgen. Du brauchst schwere Haut und Rinde. Die ist oben schon automatisch... Also die musst du dir oben hinlegen, oben rechts, damit wir die auch finden. Da müssen wir uns jetzt aufmachen. Äh... Festhalteplatz voll. Mehr als drei kannst du da nicht reinlegen. Ja, wie sortiere ich das jetzt? Wir sind keine zankenden Sessua. Ja. Indem du wieder ins Jagdbuch gehst und das abwählst, was du da... Boah, Leute, ihr macht das aber kompliziert. Ja. Ja, und dann musst du auch das abwählen, was du... Also durch dieses Zeug, ne? Bast und so, kann weg. So. Super. Und jetzt musst du nochmal in die Herstellung gehen. Ja, das brauchte ich für den Bogen, weißt du? Ja, ja. Mhm. Und dann Materialien... Bist du mal zu schnell? Ja. Ja. Materialien festhalten. So. Gucke. Und wieder... Das müssen wir uns jetzt irgendwo besorgen. Also... Wir gehen auf die Jagd. Hast du wo angesehen? Ich mach mehr Sorgen. Nein, aber wir müssen uns später drum kümmern, ne? Mhm. Tja, kein Schimmer, wo wir sowas herbekommen. Äh... Das wird dir angezeigt, wenn du irgendwas siehst. Hm. Ja, Moment, ich seh nur die Heilpflanzen. Ja. Und die Zweige hier vorne. Und die Zweige hier vorne. Ja. Ich muss mal die Bäume, die Bäume finden. Ja. 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 Ah, ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Hier, komm mal hierher. Und denn Frucht? Kochzutat. Ach so. Okay, nimm's trotzdem aber mit. Kann ich nicht. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Da hinten ist ein Tier. So. Siehst du's auch? Ach, das sind diese Heilpflanzen. Hm. Wenn wir das Tier mal versuchen zu erlegen. Hier seht ihr eine Spur. Ach, der da? Äh, ja. Den meine ich. Der sieht groß aus. Ja. Hier sind aber noch kleine Tiere. Oh, ein Hütchen. Oh, 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 der ist riesig. Den will ich nicht. Da geh ich mal lieber weg. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komm zu dir. Hallo. Ach da. Welche ist zu groß? Na, der da vorne. Ach, man sieht den Herz. Ey. Hast du's getroffen? Ich weiß es jetzt nicht. Du steilst direkt vor. Es rennt weg. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Du musst dich hocken. Ich hab's gefunden. Okay. Ich hab's. 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 Weil mach mal die Waffe. Einfach Y. Ich hab's. Hab ich nur das eine? Ja, nur geh. Nicht hauen. Nicht hauen. Haue. Na, geh weg. Der hat ja auch so einen Stoßhorn, ne? Wow! Bist du noch dabei? Ich komme gerade wieder zurück. Au! Wie viel braucht der denn noch? Nicht mehr viel. Der liegt. So, kannst du mal ausnehmen, da hast du auch ein bisschen Fleisch. Ja. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Ewa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Ich brauche dann bald Material für diese Gaben. Kopfhornleder, Hammelkopf, Haut, Schwern, Fleisch. Apropos Fleisch, muss essen. So, es ist aber nichts zu trotz, wir haben keine Dings mehr. Wir haben immer noch keine Baumring. Oh, die sind böse. Der erste Lichter. Alle tot? Ja. Gut. Ach, du hast dir selber ausgenommen? Ich habe auch mal einen ausgenommen, klar. Da liegt noch einer. Lass mich. Zu spät. Ich gebe dir ja auch ab, weißt du doch. Ja. Es geht darum, dass wir beide es lernen müssen. Ja. Irgendwie. Mhm. Wie komme ich denn an dieses Holz? Tja, schwer zu sagen. Lass mich mal kurz nachlesen. Im Jagdbuch. Drei Soldaten. Ganz in der Nähe. Ja. Lass mich mal kurz Material. Rinde. Hm. Irgendwas kraft mich an, ja. Okay. Ja, so ein komisches Panzer. Liegt. Die waren zu zweit. Also eine kannst du ausnehmen und die andere nehme ich. Jetzt wird langsam ernst hier, ne? Das Karabee ist Schleicher schwerer. Haut im Fleisch. Ja. Perfekt. Wenn wir mal dieses Holz kriegen würde. Ich brauche auch Ast und so für neue Pfeile. Für Bögen, ne? Nicht für Pfeile halt. Ah, hier sind welche. Okay, Freunde. Dann machen wir hier einen Cut und wir machen uns auf die Suche nach dieses Holz, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.